Ich freue mich, dass wir jetzt einen ganz interessanten ersten Teil des Vortragsprogramms am Vormittag betreten können. Jetzt geht es etwas kondensiert um neue Ansätze im Bereich Podcasting und Kommerzialisierung bzw. Professionalisierung in verschiedenen Perspektiven. Wir haben Nikolas und Hendrik hier von 4000 Hertz. In der Folge noch den Timo von Dekastronauten und der Markus von Detektor FM wird auch nochmal sein Projekt vorstellen. Unsere Intention war hier auch einfach mal den Blick ein bisschen zu weiten und zu schauen, wie so andere Ansätze sind, weil wir ja primär eigentlich auch immer so ein bisschen aus den privaten Formaten heraus gewachsen sind, aber es dürfte sich keinem verschlossen haben, dass einfach eine ganze Menge Bewegung in alles reingekommen ist, was ja auch gut ist. Und ich quatsche nicht viel und lasse euch hier einfach mal die Bühne. Hendrik, Nikolas, euer Einsatz. Braucht ihr noch ein Mikro? Hallo, ja, guten Morgen. Wir sind 4000 Hertz bzw. eine Hälfte von 4000 Hertz, Nikolas und Hendrik. Wir wurden gebeten, mal ein bisschen zu erzählen, was 4000 Hertz eigentlich ist, wo wir herkommen und was wir so wollen. Dazu würde ich gerne einmal kurz erklären, wie 4000 Hertz eigentlich entstanden ist. 4000 Hertz ist aus dem Radiobüro entstanden. Das Radiobüro wurde 2013 gegründet, ein Zusammenschluss von freien Radiojournalistinnen und Journalisten. Wir haben damals in Neukölln ein Büro gegründet und auch ein Studio uns eingerichtet und haben ja alle so unsere kleinen Projekte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk meistens gehabt. Und ein Podcaster war auch noch dabei, das war Nikolas. Und dann haben wir immer mal wieder überlegt, wir müssten eigentlich auch gemeinsame Projekte machen. Wir müssten Netzprojekte, Audioprojekte starten, haben da verschiedene Sachen angefangen. Wir hatten ja auch mal so ein Radiobüro-Podcast, da gab es glaube ich dann zwei Folgen oder so, der ist so ein bisschen gescheitert. Verschiedene andere Projekte haben irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Und die Konsequenz daraus war dann für uns so ein bisschen zu sagen, okay, das Radiobüro ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein Coworking-Space und auch ein Co-Producing-Space. Also wir haben ja, wir sind mittlerweile umgezogen, wir haben jetzt ein größeres Büro am Moritzplatz hier in Kreuzberg. Wir helfen uns aus bei Produktionen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sprechen mal gegenseitig was ein, nehmen Skripte ab und so weiter. Aber eigentlich sind wir nur ein Coworking-Space. Genau, und ich habe irgendwann einen hysterischen Anfall bekommen, glaube ich, Hendrik, weil ich mich nicht so richtig damit abfinden konnte, dass wir nur sowas sind, so ein Coworking-Ding. Sondern ich wollte eigentlich die ganze Zeit was fürs Netz machen und habe dann irgendwann an einem Tag mal gesagt, so, also entweder macht ihr jetzt mit oder nicht. Und dann gehe ich aber nach draußen und suche mir andere Leute sozusagen. Und das hat ungefähr fünf Minuten gedauert, da war Hendrik dann auch dabei. Wir hatten dann eigentlich noch gar nicht so eine konkrete Vorstellung, außer dass wir sozusagen unsere Podcasts und unsere Ideen so ein bisschen bündeln wollten, auf eine Plattform stellen, also eine Webseite bauen und so, aber schon noch so im Stil, so wie wir es vorher gemacht haben. Also Privatpodcasten irgendwie und hatten eigentlich noch kein kommerzielles Ziel, beziehungsweise keine konkrete Vorstellung. Wir haben uns auch nicht kompetent genug dafür gefühlt, jetzt dieses Sponsoring und so anzugehen, was ja in den USA einfach überall so läuft. Genau, aber wichtig war uns eigentlich auch, dass wir so ein bisschen uns inhaltlich austauschen, dass wir immer überlegen, was kann man denn Neues machen oder was kann man denn mehr machen, als wir bisher getan hatten. Wir hatten bisher eigentlich hauptsächlich so Gesprächsformate gemacht auch und die haben ja auch Spaß gemacht und so, aber ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mal so ein bisschen gebaute, radioeske Geschichten machen und so erzählerische Formate, wie es eben auch in den USA so gibt. Aber wie gesagt, genau, das war erstmal so ein Grundgedanke und der hatte noch keine so feste Struktur. Wir haben uns dann erstmal eine Webseite gesetzt, wie man das so macht. Erstmal so ein bisschen basteln, ohne Konzept. Genau, und dann habe ich irgendwann mit Marie gesprochen, das ist unsere vierte Gründerin, die hatte gerade ihren Job bei Disney geschmissen und folgerichtig wollte sie natürlich dann zu uns kommen. Sie hat nicht wegen uns bei Disney geschmissen. Ja, das weiß ich noch. Genau, naja, auf jeden Fall, ja, habe ich lange mit ihr gesprochen und sie hat dann gesagt, sie hätte Interesse mal, so eine kleine neue Firma zu starten und sie hat halt für die ganze Kompetenz, sie hat Marketing gemacht und genau, Verkauf bei Disney und insofern war das so eine logische Schlussfolgerung. Ich habe direkt nach diesem Telefongespräch, wo Marie gesagt hat, ich würde mit euch gründen, Hendrik angerufen und habe gemeint, so, wir können es jetzt machen und jetzt machen wir eine Firma und jetzt ist der ganze Quatsch damit irgendwie hier nur so ein bisschen rummachen, erledigt. Und das Ergebnis war, wie gesagt, dann, Klick, 4000 Hertz. Wir haben dann angefangen, uns einfach alles Mögliche zu überlegen, eben auch den Titel und so weiter und jetzt kannst du ja noch ein bisschen... Genau, und dann kam natürlich auch noch der Christian dazu, viele kennen den Christian ja auch schon, Christian war immer schon Radiomensch und Podcaster gleichzeitig und ich weiß gar nicht, in diesem Prozess, den Nikolaus gerade erzählt hat, war Christian dann auch relativ schnell dabei und dann haben wir vier uns sozusagen gefunden, also wir drei aus dem Radiobüro und eben Marie von außen noch dazu und dann hat sich eben 4000 Hertz gegründet und das war, wann war das? Ja, also dieser Entschluss, von dem ich gerade erzählt habe, das war im Oktober, also seitdem oder im September, glaube ich und seitdem haben wir dann angefangen, tatsächlich jeden Tag sehr viel dafür zu arbeiten, dass wir daraus eine Firma machen können. Und die offizielle Gründung war dann halt im Januar und online gegangen sind wir dann ja Ende Januar. So, und dann haben wir uns auch überlegt, was wollen wir eigentlich sein, wie nennen wir uns, was sind wir? Und dann kamen wir auch relativ schnell auf die Bezeichnung Podcast Label und da kommen immer wieder Fragen, was heißt das eigentlich Label, warum habt ihr euch zum Beispiel nicht Netzwerk genannt, wo ist da der Unterschied? Und wir haben es so ein bisschen so verstanden oder verstehen es bis heute so ein bisschen so, in Analogie zu Plattenlabels oder auch zu einem Buchverlag. Wir sind eine eigene Redaktion, wir entwickeln die Stoffe gemeinsam und wir ziehen uns freie Autoren und Autorinnen heran. Hast du nochmal? Genau, hast du das mit der exklusiven Produktion? Nee, das wäre es nicht. Genau, und das ist, also ich glaube die erste Idee war auch so, dass wir gesagt haben, vielleicht sind wir auch sowas wie ein Verlag. Das ist mal ein bisschen angestaubt von der Bezeichnung. Also das heißt, ein Ort, wo entwickelt wird, wo kommuniziert wird, wo Stoffe entwickelt werden und die dann auch exklusiv unter so einem Banner erscheinen, damit sie auch so einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Das war eigentlich so das Gefühl, was wir hatten, was wir machen wollten und eben intensiv an Stoffen zu arbeiten. Das war eigentlich das, was uns am wichtigsten war, glaube ich, erstmal. Genau, naja, was dann sozusagen zusammenhängt damit, ist eben Marketing, Sponsoring. Das war dann eben zum Glück Maries Job. Das musste natürlich auch getan werden, Pressearbeit. Wir haben dann so ein bisschen unsere Jobs so ein bisschen verteilt. Wir machen zwar eigentlich alle alles, aber es gibt schon so ein paar Betonungen, und irgendwie haben wir gleich unsere Bestimmung so gefunden. Und dieser Begriff Dachmarke, das ist so ein bisschen so ein, kommt, glaube ich, so ein bisschen aus den Werbeklitschen. Ja, das bedeutet eigentlich eben dieses, dass wir das Gefühl haben, alles, oder dass das Gefühl vorhanden sein muss, dass alles, was wir machen, wiedererkennbar von 4000 Hertz kommt. Und auch aus 4000 Hertz. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz schön, dass gleich nach uns der Timo spricht, weil dann, glaube ich, seht ihr nochmal auch die Abgrenzung zwischen der Idee von Timo und Maria und von unserer Idee. Weil da gibt es wirklich diesen Unterschied. So, genau. Und das ist unsere derzeitige Aufstellung, unser Portfolio, unsere Podcasts. Im Moment haben wir sieben Podcasts. Das ist einmal der Systemfehler, den, glaube ich, auch viele von euch kennen. Christian macht den. Der hatte ja schon mal seine erste Folge noch vor 4000 Hertz veröffentlicht. Das hat ja auch für ein paar Wellen gesorgt. Der Systemfehler läuft jetzt halt eben bei uns. Das Zweite ist nur ein Versuch. Das mache ich. Das ist unser Versuch, auch ein serielles Format horizontal erzählt zu machen. Dann haben wir Elementarfragen von Nikolas. Das Interviewformat gab es vor 4000 Hertz auch schon. Haben wir nochmal ein bisschen aufgefrischt und nochmal ein bisschen rund erneuert. Durch die Gegend war tatsächlich dann das Format mit unserem ersten externen Autor von Christian Möller, der von Köln aus arbeitet, der für uns Durch die Gegend halt produziert. Ein Interviewformat im Gehen. Den Kiezrecorder kennt ihr wahrscheinlich auch von Nikolas. Unser erstes englischsprachiges Format kam jetzt dazu. Warres and the Bear von Walter Bernhard, ein Niederländer, der in Berlin lebt und Szenen in Berlin abdeckt und darüber erzählt. Und für uns war das jetzt mal ganz interessant zu sehen, wie ist es eigentlich ein englischsprachiges Format zu haben. Ob wir da vielleicht auch es schaffen, vielleicht nicht nur in deutschsprachigen Ländern gehört zu werden. Das können wir jetzt noch nicht sagen, weil das noch, wie lange läuft jetzt? Vier Wochen, glaube ich. Also wir können noch nicht genau sagen, ob es inwieweit das auch außerhalb gehört wird. Aber wir werden es demnächst mal auswerten und das ist natürlich nochmal einfach interessant zu schauen, ob man da auch weiterkommt. Und dann haben wir noch Frequenz 4000, unser Meta-Podcast, wo wir drei, Christian, Nikolas und ich und manchmal ist Marie auch noch dabei, eben über die Entwicklung unseres Labels sprechen. Und dann ist da dieses schöne Fragezeichen, weil wir nämlich jetzt gerade ein neues Format auflegen. Willst du nochmal erzählen? Ja, genau. Uns geht es ja darum, mit Autoren extern zusammenzuarbeiten. Und wir machen jetzt so eine Art gemischte Strecke auf. Das heißt, das ist keine Reihe, die ein Autor oder eine Autorin betreibt, sondern eine Strecke, wo Einzelstücke laufen oder vielleicht auch mal Piloten für mögliche Strecken, wo dann abgestimmt werden kann von der Community, ob sie das weiterhören wollen. Also wir wollen ein bisschen rumexperimentieren, ganz freie Strecke. Das wird der Mixer heißen. Das ist nicht so wahnsinnig originell, aber was Besseres ist uns auch nicht eingefallen. Ja, genau. Und das kommt jetzt in der nächsten Zeit. Da sind jetzt zwei Stücke schon fertig. Können wir auch kurz was dazu sagen. Das eine ist eine Auslandsreportage, wo eine Kollegin von uns nach Delhi geflogen ist, um sich dort auf den Müllbergen rumzutreiben. Das sind ja ganz eigene Systeme, wo Menschen leben im Müll und hat sich da ein paar Tage rumgetrieben und macht eine Reportage darüber. Und das ist auch was, was wir ganz gerne weitermachen würden mit ihr zusammen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das realisieren können. In dieser Strecke wollen wir experimentieren und zwar auf zweierlei Art. Zum einen wollen wir vom Format her neue Dinge versuchen. Wir wollen, die Stücke sollen ein bisschen in der Tradition des deutschen Radiofeatures stehen, sind aber anders produziert oder sind davon abweichend produziert. Also wirklich sind als Podcast produziert. Das heißt, wir wollen mal versuchen, mit längeren Atmosstrecken zu arbeiten, mit längeren O-Türnstrecken. Wir wollen diese Stücke nicht komplett im Studio vorproduzieren, sondern auch mal als Gespräch, als Studiogespräch mit dem Reporter und dann mit reingeschnittenen langen O-Tönen experimentieren. Also da wollen wir einfach mal gucken, wie weit können wir dieses Format auch bringen, wie weit können wir da auch abweichen von einem klassischen Radiofeature. Und das zweite Experimentelle daran ist, dass wir daraus auch neue Podcasts rein entwickeln wollen. Also wenn ein Stück uns so gut gefallen hat und es sich eigentlich eignen würde, es weiter zu erzählen und dem Autor, der Autorin hat es gefallen, uns hat es gefallen und auch den Hörerinnen und Hörern hat es gefallen, könnte daraus auch eine ganz neue Podcast-Reihe entstehen. So, das ist die Idee auch dahinter. Das ist jetzt die Folie, die Tim am allerbesten gefallen wird. Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich platzt. Genau, also wir machen das ja so ein bisschen anders. Wir haben extrem lange überlegt, wie können wir denn veröffentlichen? Ich meine, vorher haben wir alle das schöne Podlove-Plugin und so benutzt und unsere Seite baut auch auf WordPress auf. Und irgendwann haben wir so gemerkt, ja, es gibt so ein paar Schwierigkeiten auch in der Kommunikation mit Marie. Also wir veröffentlichen unsere Folgen primär jetzt erstmal auf Soundcloud. Und das hat erstmal einen ganz wichtigen Grund, dass da nämlich Statistiken erhoben werden, die von einer dritten Partei erhoben werden, was, wenn man mit möglichen Sponsoren kommuniziert, eine totale Relevanz hat. Wenn man da ankommt und zeigt denen ein eigenes WordPress-Backend, was auf dem eigenen Server läuft, dann werden die misstrauisch. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist ganz egal. Wir können mit denen diskutieren, das bringt aber nichts. Also die haben da einfach so gewisse Herangehensweisen. Das ist einmal der Grund. Dann ist es so, dass Soundcloud natürlich, das hatte Tim ja auch gestern schon gesagt, relativ gutes, also günstiges Hosting sozusagen anbietet. Es gibt eben die Statistiken und es ist durchaus verlinkbar der Inhalt und wir können es einbinden. Also ihr kennt Soundcloud ja eigentlich. Und im Endeffekt hat das nach langer Überlegung dazu geführt, dass wir uns erstmal dafür entschieden haben. Das hat auch Nachteile durchaus. Wir haben es ja vor ein paar Tagen gesehen. Ein normaler Host, der fällt zwar auch mal aus, aber das war ja kein Unfall, sondern das war eine Wartung, die Soundcloud da jetzt neulich gestartet hatte und die haben sie gar nicht angekündigt. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die da so ein bisschen nerven. Dann letztlich diskutieren wir das auch die ganze Zeit, arbeiten auch an Fallback-Lösungen und so und sind da eigentlich auch die ganze Zeit sehr offen. Da eventuell vielleicht auch mal umzusteigen, das müssen wir uns mal überlegen. Spotify kam auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir das machen wollen. Dann haben wir durchaus vier Wochen ziemlich intensiv mit denen diskutiert, wie wir das so machen wollen. Weil Exklusivität da durchaus so eine Sache, weil wir sie gerne gehabt hätten und das ist das, was wir nicht wollen. Gerade auch um so ein paar Sachen vorzubeugen, auf die Tim gestern auch schon hingewiesen hat. Also eben, dass unsere Sachen nicht mehr erreichbar sind, eventuell irgendwann oder dass es nicht gut teilbar ist und diese ganzen Dinge, die wir beim Podcasting auch wollen, die das Ganze ja auch schön machen. Naja gut, iTunes, da ist jeder mehr oder weniger. Und Google Play, das steht halt zwar in Deutsch, das gibt es ja hier noch nicht, aber wir haben schon mal dafür gesorgt, dass wir da im amerikanischen Katalog sind und wenn die hier irgendwann starten, dann ist das so. Also wir fahren sozusagen eigentlich überall mit, sind da nicht sehr ideologisch, aber passen eben darauf auf, dass unsere Sachen zu finden sind und dauerhaft verlinkbar sind etc. Da können wir ja auch gerne nochmal ein bisschen diskutieren. Wir wollen jetzt auch gleich noch so ein paar Fragen beantworten. Ich hoffe, es kommen ein paar, weil das glaube ich einfach eine Frage ist, die hier auch hitzig diskutiert werden kann. Ja, das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das war uns auch von Anfang an ziemlich wichtig und da haben wir auch viel Energie reingesteckt. Wir hatten am Anfang eine kleine Pressemitteilung, ich weiß nicht, vielleicht hat es einer mitbekommen, die wir rausgegeben haben. Wir wollten von Anfang an versuchen, professionell an die Sache ranzugehen und auch professionell Werbung zu machen, aber auch nicht nur für uns, sondern auch für den Podcast selbst. Also ich glaube, was wir bei aller Kritik am Anfang schon geschafft haben, ist, dass das Thema Podcast ein bisschen in die Öffentlichkeit getreten ist und auch besprochen wurde. Der Nikolaus hat unzählige Interviews gegeben. Hast du gezählt, wie viel? Nee. Sehr viele. Und wir versuchen auch in den sozialen Medien aktiv zu sein. Das könnte noch ein bisschen ausgebaut werden, aber ja, wir haben unsere Ressourcen entsprechend aufgeteilt. Das versuchen wir noch ein bisschen mehr zu machen. Ja, genau. Also wie gesagt, es gab ja so ein bisschen Kritik an unseren ersten Pressemeldungen. Da haben wir so von Qualitätspodcasts und solche hübschen Schlagworte benutzt. Das Ganze hat so zwei Seiten. Ich glaube, wenn man so Öffentlichkeitsarbeit macht, also das heißt, man gründet eine Firma und muss da irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen, dann muss man leider, glaube ich, manchmal ein bisschen rumbassen. Auf der anderen Seite sind dann in den Interviews selbst halt auch, haben wir ja natürlich erzählt, wo wir herkommen und so und was wir alles mögen und was wir an der freien Szene auch alles mögen und so. Also das ist durchaus, haben wir da versucht, eine gewisse Ausgeglichenheit herzustellen. Gleichzeitig ist es so, und es ist auch ein bisschen nervig auf jeden Fall, dass man einfach irgendwie sowas wie PR machen muss. Und das war mir auch irgendwie charakterlich so ein bisschen fremd, also so da irgendwie so mega auf dicke Hose zu machen und so. Und wenn man das das erste Mal macht, da können durchaus auch Fehler passieren und Dinge, deren Auswirkungen man nicht so erwartet hat, man muss sich da, glaube ich, dran gewöhnen und ein bisschen einspielen. Und ja, da sammeln wir so unsere Erfahrungen. Du wirst auch nicht müde, in der Öffentlichkeit zu betonen, wie toll du Laber-Podcasts findest. Ja, natürlich, dafür bin ich ja. Ja, was sind unsere Ziele? Ganz oben waren wir jetzt mal ganz ehrlich und haben als ersten Punkt hingeschrieben, dass natürlich die Wirtschaftlichkeit unser Ziel ist. Wir sind Audioproduzenten, die früher exklusiv fürs Radio gearbeitet haben. Wir versuchen jetzt, andere Wege zu erschließen. Wir wollen davon leben können. Definitiv, 4000 Hertz ist bisher noch nicht wirtschaftlich, soll es aber werden. Das ist unser Ziel. Zweiter Punkt, den finde ich ganz schön, Inspiration und Erfüllung. Ja. Der wird dir sehr wichtig. Aber natürlich soll uns diese Arbeit auch erfüllen. Das soll Spaß machen, sowohl uns als auch den Hörerinnen und Hörern. Wir wollen, das habe ich eben schon gesagt, bei der Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch generell mehr Aufmerksamkeit für Audio im Netz schaffen, dass das Thema einfach größer wird. Aber auch da hat uns jetzt Böhmermann und Spotify natürlich auch geholfen. Da war jetzt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Audio im Netz. Wir wollen experimentieren von den Formaten her, von dem was geht, was kann man machen, wie kriegt man es an die Leute. Und der letzte Punkt ist Spaß. Spaß. Ja, das mit dem Experimentieren und der Weiterentwicklung will ich nochmal betonen, weil und auch im Kontext dieser gemischten Strecke, die wir starten, Wir sind eben auf der Suche auch nach Menschen, die mal was ausprobieren möchten, an Formaten arbeiten wollen, auch mit Zeit. Also eben nicht sofort irgendwie jetzt morgen loslegen, sondern einfach mal ein bisschen auf Ideen rumdenken, an Gestaltungsmöglichkeiten, die es so gibt im Audio-Bereich, abseits dessen, was vielleicht schon so Usos ist im Radio oder in anderen Podcasts. Also das würde ich jetzt gerne nochmal betonen, damit ihr auch wisst, dass ihr uns, wenn ihr Interesse habt, da auch mal schreiben könnt oder auf uns zukommen könnt, und das, wir sind ja jetzt auch noch eine Weile hier, fänden wir auf jeden Fall spannend. Ja. Das war's. Und wir haben es jetzt ein bisschen kompakt gehalten, damit vielleicht, falls noch jemand fragen will, dann, ja. Gibt es Fragen? Ihr macht ja jetzt noch kleine Q&A-Session, ne? Ja. Wie kam es zu dem Namen? Wie so 4000 Hertz. Ja, warte mal, das hat Christian, ich kriege den Satz immer nicht so richtig hin. Das ist eine, also diese Frequenz ist die, für die das menschliche Ohr die höchste Empfindlichkeit hat. Das kannst du auch ganz gut testen. Ich habe so eine App, die piept, kannst du dann so die Frequenzen verschieben, und bei 4000 Hertz tut es am meisten weh, beziehungsweise im intensivsten. Ja, also das ist so die Idee. Und wir haben an unsere Podcast, hinten hängt immer so ein kleiner Pieper, dieses, was sagen wir da, eine Produktion von 4000 Hertz, und das ist in 4000 Hertz dieser Pieper, also da kann man es mal hören. Jo. Ich wollte fragen, mit diesen freien Tracks, wenn man da rein will, bedeutet das auch, dass man danach dann sozusagen exklusiv da auch bei 4000 Hertz gelistet sein muss, oder kann man da auch seinen privaten Podcast, den man selber hosten will, da vielleicht reinkommen? Ja, da kann man glaube ich nochmal so ein bisschen erklären, das stimmt. Also was wir nicht machen, ist, dass wir laufende Produktionen, also laufende Podcast-Serien einfach bei uns einbinden, dem irgendwie ein neues Cover geben, und die läuft parallel noch irgendwo anders. Also diese Exklusivität ist schon so, dass wir das gerne hätten. Andererseits ist es aber auch so, wenn gerade bei diesen Einzelstücken ist es so, bei dem Mixer, dass es nicht so ist, dass jeder jetzt für ewig verhaftet wird oder sowas. Also das ist nur so, dass das erstmal bei uns erscheint, und dann kann man auch sprechen. Also wir sind jetzt keine, wir machen da keine Knebelverträge, überhaupt nicht oder so. Es geht da, es ist auch verbale Abmachung. Ralf hat sich hier vorne auch schon beworben. Eine kurze Frage, weil es ein klein bisschen diffus war. Ihr habt jetzt einen Deal mit Spotify gemacht, wo ihr bei denen in der Podcast-Schiene auftaucht, aber als nicht exklusiv. Ja. Okay. Nochmal eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wer zuerst war, ich fange mal hier an. Sehe ich das richtig? Dann seid ihr auch eine Art Aggregator. Also ihr sucht euch Podcasts, die möglichst noch nicht veröffentlicht sind und veröffentlicht die als erste, so als eine Art exklusive Plattform. Genau. Also wir würden gerne auch Leute finden, die Lust haben, sozusagen für uns diesen Podcast zu machen. Wir haben natürlich jetzt ein paar Formate, die gab es vorher schon, aber die kommen dann komplett unter unser Dach. Also ja, im Grunde sind wir auch eine Art Aggregator, kann man sagen. Ihr möchtet ja auch wirtschaftlich werden. Warum soll euch jemand Geld geben? Also uns geben ja, Sponsoren sollen uns ja Geld geben. Warum? Weil sie bei uns werben. Also wir haben immer einen kleinen Sponsoring-Blog in den Produktionen. Also es ist im Grunde, ja, es ist ein Sponsoring-Vertrag, so wie es die amerikanischen Podcasts halt auch machen. Und die geben uns Geld dafür, weil sie sozusagen natürlich dann ihr, sich dort unterbringen können. Gibt es da schon Beispiele? Also Konzept ist Werbung, um es mal kurz zu bringen, so wie es in allen anderen Medien auch stattfindet, bis auf die Öffentlich-Rechtlichen jetzt. Da gibt es Beispiele, ja klar, wir hatten schon, also ein Partner war zumindest schon öffentlich da, Audible hat bei uns geworben und die haben auch Geld bezahlt. Audible ist eine Hörbuchanbieter, ein digitaler, ist eine Tochterfirma von Amazon. Ja, genau, dazu noch eine Nachfrage. Ich finde es super, dass ihr euch das traut, auch mit eurem privaten Kapital eingestiegen seid. Mein Respekt und alles Gute dafür. Ich habe nur ehrlich gesagt erwartet, dass nach kürzer als drei Monaten nach Start auch schon andere Sponsoren als Audible darin auftauchen. Vielleicht habe ich es nicht gehört, aber ich finde es auch super, dass ihr so, ja, sozusagen Hinweise auf soziale Projekte macht. Aber mich hat es ein bisschen gewundert, dass jetzt in den drei Monaten nicht auch andere Sponsoren schon aufgetaucht sind und da wollte ich einfach fragen, wie dann der Stand ist, ob es schon andere gibt. Ja, ist in Arbeit. Also das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir so kurzfristig gestartet sind. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass diese Idee, das Ganze zu einer Firma zu machen, dann nicht jetzt irgendwie ein Jahr vorher geschehen ist. Wir haben jetzt nicht so eine lange Vorbereitungszeit gehabt. und das bedeutet vor allen Dingen, dass Sponsoren und werbetreibende Töpfe für Quartale verteilen. Das heißt, die waren einfach schon weg, diese ganzen Töpfe. Und wir sind aber trotzdem mit verschiedenen Firmen im Gespräch und dadurch, dass es eben so eine kurze Vorlaufzeit gab, gibt es jetzt diese Pause. Generell ist es aber auch so, dass man sagen muss, dass wir natürlich da irgendwie auch ein bisschen was Neues versuchen. Es gibt jetzt schon natürlich Beispiele für sowas in Deutschland, also auch im Podcast-Bereich. Bits und so kennt ihr ja sicher, die machen das schon eine ganze Weile. Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. Grundsätzlich lässt sich jetzt schon nach drei Monaten festhalten, dass für die Marie, die sich ja bei uns komplett darum kümmert, es verdammt harte Arbeit ist, den Firmen zu erklären, was Podcasts sind. Und das hat sie in drei Monaten. Also das ist wirklich das und die Strukturen in den Firmen sind da sehr langsam und da arbeitet sie halt dran. Aber das ist der Punkt, den Firmen zu erklären, was Podcasts sind und warum es gut ist, darin zu werben. Ja und gleichzeitig ist es aber auch spannend. Also Marie macht das seit 20 Jahren, diesen Job und auf ziemlich hohen Positionen. Und sie findet dieses Medium aber sehr vielversprechend für, also wenn es jetzt mal so um Werbung geht und um den Verkauf, weil es eben da ganz viele Sachen nicht gibt, die es so nur sonst im Netz gibt. Also hier so Adblocker und so, vielleicht kommt sowas auch alles mal. Aber und auch die Art und Weise, wie Werbung da eingebaut wird. Also da sieht sie schon sehr viel Potenzial drin und das sieht sie auch nicht nur, weil sie jetzt bei uns dabei ist, sondern auch aus ihrer professionellen Sichtweise sozusagen. Und generell ist es so, dass wir mit sehr vielen sprechen und wir finden, es sieht eigentlich sehr vielversprechend aus momentan. Aber natürlich sieht es gerade aus wie so eine Lücke, die versuchen wir zu füllen. Das ist aber eher aus, naja, eben dieser kurzfristigen Entstehungsphase zu begrüßen. Ich habe drei Fragen. Könntet ihr noch ein bisschen konkreter, hier, hi. Ich habe drei Fragen. Könnt ihr noch ein bisschen konkreter werden, was die Werbeeinblendungen, Werbung bei euch kostet, bei eurem Podcast, der vielleicht die meisten Abrufzahlen hat? Welchen Tausenderkontaktpreis habt ihr dort? Was muss man, wenn man sich für Werbung bei euch interessiert, da ungefähr anlegen? Ist das ein gebauter Spot? Ist das ein Gespräch? Ist das so etwas wie Bloomberg und die anderen in Amerika? Es machen einfach so ein Promo-Hinweis. Erste Frage. Zweite Frage. Wie muss man sich euer technisches Setup vorstellen? Wie viel Kohle habt ihr dort investiert, um euer Studio aufzubauen? Und die dritte Frage ist, habt ihr Hörbeispiele mitgebracht? Also bestimmte Anmutungen, wie sich eure Podcasts anhören in komprimierter Form, damit man einfach mal einen Eindruck bekommen kann? Ich fange von hinten an, ja. Also wir haben jetzt gerade kein Hörbeispiel dabei. Das liegt aber ganz konkret jetzt an dieser Veranstaltung, weil wir schon eine ziemlich längere Q&A-Session hier so erwartet haben, weil es auch durchaus ein paar Irritationen auch so im Sendegate gab. Und wir wollten jetzt einfach mal das ganz kompakt halten. Wir können da mal einfach auf unsere Webseite verweisen, 4000herz.de. Da kann man auch Trailer hören, also so ganz kompakte Sachen, dass man mal schnell einen Eindruck bekommt. Das fand man jetzt irgendwie gerade wichtiger, uns da mal zum Gespräch zu stellen. Technisch ist es so, dass wir, wie gesagt, dieses Radiobüro schon sehr lange betreiben und alle Leute sind, die sehr lange schon Dinge mit Audio machen. Wir haben uns da vor Jahren schon, also vor Jahren, vor drei Jahren ein Studio eingerichtet. Wir haben sozusagen, die Infrastruktur ist da gewesen. Für Produktion auf einem Niveau, der auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reicht. Also das war sozusagen alles da. Das waren alles totale Glücksfälle für uns, weil wir im Prinzip dadurch weder einen Investor, was wir nicht wollten, weil wir keinen Einfluss von außen wollten, gebraucht haben, als auch keine Kredite oder ähnliches. Also für uns ist das eigentlich eine sehr komfortable Geschichte. Insofern ist diese Wirtschaftlichkeit zwar jetzt nur nicht direkt gegeben, aber uns geht es gut. Das ist halt das, was irgendwie wichtig war. Das Erste war, glaube ich, ein bisschen komplexer. Wir verhandeln mit den unterschiedlichen Firmen auf sehr unterschiedlichem Niveau und erklären da auf ganz unterschiedlichem Niveau eben. Also wir haben zwar natürlich Preise, die wir erstmal so nennen, aber da wird dann sehr viel diskutiert. Das ist ja auch normal. Aber wir möchten darüber jetzt noch nicht so reden, weil das reicht auch noch nicht, um da wirklich Erfahrungswerte zu teilen. Also tatsächlich... Ja, also nee, das ist natürlich schon so... Ja, ja, also... Wir können... Also Marie killt uns, wenn wir jetzt hier über tausender Kontaktpreise reden. Was wir sagen können ist, der ist relativ hoch bei uns. Also ich glaube, das kann man schon festhalten, dass unser tausender Kontaktpreis sich unterscheidet von anderen Online-Werbungen, weil wir glauben, dass der Kontakt auch sehr viel wert ist und uns sehr, sehr intim ist, den wir herstellen. Achso, genau. Und zu der Gestaltung. Und deswegen machen wir es auch so, der Host, sage ich mal, spricht die Werbung. Also dieser Promo-Anteil wie bei den Amerikanern. Genau. Also der... Und auch das sorgt ja wieder dafür, dass es eben diesen intimen Kontakt gibt zum Hörer und das macht den tausender Kontaktpreis so hoch. Und wir finden auch, dass es so weniger nervt für den Hörer und dass es so viel angenehmer ist zu hören. Also sozusagen der Autor oder der Host der Folge spricht den Werbeblock. Ich gehe mal zu noch einer letzten Frage vielleicht und dann... Es steht ja auch noch weiter heute. Ja, ja, genau. Also ihr könnt uns ja auch anquatschen, wenn es noch war. Ja. Ihr habt ein bisschen über PR gesprochen und meine Frage wäre, PR macht ihr? Was habt ihr euch da im Vorfeld von erwartet? Und was hat es euch gebracht? PR jetzt im Sinne von Pressearbeit, meinst du auch so? Ja, also das ist ein bisschen schwer, das wirklich zu sagen. Wir haben eine Pressemeldung geschrieben, eine erste. Sonntag, Montag sind wir online gegangen. Und in der Woche war dann ziemlich heftig die Hölle los. Also wir sind dann von Sendestudio zu Sendestudio getingelt und haben Interviews am Telefon gegeben wie bekloppt. Das haben wir überhaupt nicht so erwartet. Das war extrem, natürlich auch sehr motivierend am Anfang. Wir haben uns natürlich sehr gefreut und so. Das ist natürlich schön. Aber natürlich stellt sich irgendwann so die Frage, okay, was kommt dabei rum? Also bei uns, also es ist alles sehr viel besser gelaufen, als wir dachten vorher. Wir wissen aber nicht so genau, woran es liegt. Wir können nur sagen, es liegt vielleicht so am Gesamtpaket, dass wir auf alles irgendwie geachtet haben. Präsentation, irgendwie Kommunikation, neues Finanzierungsmodell, dass das alles sozusagen auch in der Pressemeldung drin stand, dass hier alles mal ein bisschen neu angegangen wird. Die Hörerzahlen entwickeln sich super, also viel besser, als wir gedacht haben. Aber keiner teilt uns mit, übrigens hier, oder sehr wenige teilen uns mit, hier, ich habe euch da und da gelesen. Das kommt schon ab und zu. Und das finde ich auch immer sehr erstaunlich. Ich denke mir, das lesen ja wirklich Leute oder das hören sich ja echt Leute an, was man da im Radio erzählt oder so in einem Interview. Ich denke schon, dass es was bringt, aber ich kann es nicht, ja, bemessen. Danke. Ja, vielen Dank. Wir müssen weitermachen. Applaus für euch. Vielen Dank. Vielen Dank.